Christiane Lemke ist bei mir, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hannover. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Die USA sind ein zutiefst gespaltenes Land, das wissen wir. Jetzt gibt es Proteste gegen Donald Trump, überall in den USA, von tausenden Menschen. Wird er das schaffen, dieses Land wieder zu vereinen? Ist das überhaupt noch möglich? Wenn man sich die Geschichte des Wahlkampfes anguckt, dann war es ein sehr polarisierender Wahlkampf. Die Parteien haben sehr weit nach rechts, nach links argumentiert. Und ich bin es, ja, ich sag mal so, vorsichtig und zurückhaltend zu sagen, ja, Trump schafft es, er wird das Land eilen. Weil die Gruppen, die er verärgert hat, die er auch beleidigt hat, die Politik, die er vorschlägt, innenpolitisch, das Land polarisiert und auch ein Stück weit wieder zurückwirft hinter das, was die Obama-Administration ja versucht hat, ein sehr heterogenes Land zu eilen. Wie genau wird er das machen? Wie soll er auf die Menschen zugehen, die er eben in seinem Wahlkampf wirklich vor den Kopf gestoßen hat? Ja, eine Kernbotschaft war Arbeit, neue Jobs schaffen. Und ich denke, da hat er eine Chance, wenn er zum Beispiel große Infrastrukturprojekte in die Wege leiten würde und Menschen wieder Arbeit gibt, die in diesem sogenannten Rust Belt, in dem Rostgürtel, durch die Deindustrialisierung verloren haben oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt überhaupt integriert zu werden. Aber was die Einwanderer angeht, was Frauengruppen angeht, alle Gruppen, die er vor den Kopf gestoßen hat, auch die afroamerikanische Minderheit, da bin ich eher skeptisch. Das ist auch nicht sein Ziel. Er hat zwar gesagt, ich bin Präsident aller Amerikaner, aber wie er das überhaupt umsetzen will, das ist völlig offen. Stichwort Infrastruktur, die muss in den USA dringend ein bisschen restauriert werden, das weiß jeder, der mal da war. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Zeitgleich will Trump ja auch noch die Steuern senken, hat er zumindest angekündigt. Wie soll das jetzt eigentlich funktionieren? Mehr Schulden machen? Ja, also ich meine, das ist ein Widerspruch, völlig richtig. Er will die Steuern senken, aber zugleich hat er eben auch Ideen, Projektideen, die erstmal finanziert werden müssen. Und ich denke, dass er einer Schule angehört, die ein Defizit nicht so sehr tragisch sieht. Er würde, glaube ich, tatsächlich in Kauf nehmen, dass das Haushaltsdefizit steigt. Problem ist ja, die USA sind schon extrem verschuldet. Ist das überhaupt verantwortlich, so zu handeln? Auf der anderen Seite wird er einige Programme kürzen und zwar im Gesundheitsbereich, im sozialpolitischen Bereich, die Umweltpolitik, all da. An den Punkten, hat er ja schon gesagt, würde er Gesetze ändern und dadurch auch möglicherweise einsparen. An welchen Punkten kann man konkret einsparen in den USA? Können Sie da welche nennen? Also ein Bereich, den Donald Trump sicher nicht streichen wird, ist die Rüstung, Militärausgaben. Das will er erhöhen. Genau. Da will er auch mehr investieren. Da gibt es auch entsprechende Interessengruppen, die sich dafür einsetzen. Im sozialpolitischen Bereich, es gibt ja Bundesausgaben für ärmere Familien oder auch für die Altersversorgung. Auch im gesundheitspolitischen Bereich, Forschungsprojekte, die die Bundesregierung unterstützt, überhaupt im Bereich der Forschung. Da geht sehr viel an Bundesmitteln in die Forschung. Also an den Bereichen würde er vermutlich kürzen, weil nach seiner Auffassung der Staat ohnehin, der Bundesstaat, schlank sein soll. Möglichst wenig Staatsausgaben. Jetzt ist er im Kongress nicht alleine. Er hat die Mehrheit der Republikaner im Senat- und Repräsentantenhaus hinter sich. Ist erstmal gut für einen republikanischen Präsidenten. Bei ihm stellt sich aber die Frage, inwieweit diese drei Institutionen, also er und die beiden Kammern, zusammenarbeiten können. Wird das funktionieren? Die Republikaner sind sich ja nicht so ganz immer einig gewesen, was Donald Trump betrifft. Im Gegenteil, ich würde sagen, die sind sehr gespalten. Also sie sind nicht einig, sie sind tatsächlich in verschiedene Strömungen gespalten. Es gibt sehr konservative christliche Republikaner, die Wert legen auf die religiösen Werte in einer sehr fundamentalistischen Weise. Es gibt liberale Republikaner, die den Wirtschaftsliberalismus befürworten. Donald Trump gehört ja nicht wirklich in den Kern der republikanischen Partei. Und viele Republikaner haben sich von ihm distanziert. Ganz interessant wird sein, wie Paul Ryan, der Sprecher des Hauses, sich ihm gegenüber positioniert. Er hat ihn ja sehr scharf kritisiert. Mächtiger Politiker. Natürlich, der ist sehr einflussreich für den Kongress. Und er hat Donald Trump kritisiert, er hat sich von ihm distanziert. Diese Zusammenarbeit ist ein Schlüssel für den Präsidenten. Und wie das in Zukunft klappen wird, das werden wir sehen. Jetzt ist Donald Trump angetreten, um eigentlich alles zu reformieren, was irgendwie zu reformieren ist. So hat er das zumindest auf eine eher andere Art und Weise ausgedrückt. Es sind aber jetzt viel mehr Rädchen im Spiel. Es gibt eben die beiden Kammern des Kongresses. Es gibt die gesamte Weltpolitik. Muss er vielleicht auch ein bisschen Demut lernen und lernen, dass er eben nicht alles umsetzen kann, was er so vollmundig angekündigt hat? Also es wäre ihm zu wünschen, aber von dem Charakter, den wir gesehen haben in den letzten Monaten, ist Demut das Letzte, was er besitzt oder was er auch anstrebt. Er ist ja ein Geschäftsmann, er ist ein Entscheider. Er ist jemand, der nach außen gar keine Zweifel hat und auch keine Zweifel zulassen möchte. Also ich glaube, es wird schwer, ihn zu beraten. Es wird auch noch schwerer, also zu sehen, dass er lernt. Aber gut, als Geschäftsmann ist er auch ein Stück pragmatisch. Hoffen wir mal, dass es soweit kommt. Wir sprechen gleich wieder. Ein Tag lang war Schockstarre nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Kaum ein Politiker hatte nach den anderslautenden Wahlumfragen mit einer Niederlage Hillary Clintons gerechnet. Nun müssen sich die Regierungen dieser Welt mit Trump auseinandersetzen. Weil er aber vor der Wahl schon viel Glas zerbrochen hat, ist die Haltung eher skeptisch. Und viele fragen sich, was dieser Sieg für die Außenpolitik bedeutet. Auf jeden Fall befeuert er natürlich auch die Rechtspopulisten in aller Welt. Tja, was lernen müssen. Auch die deutschen Politiker, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Die haben sich alle ausgesprochen, überrascht gegeben, ob dieses Ergebnis ist. Ist das glaubwürdig? Haben die sich damit vorher wirklich nicht auseinandergesetzt? Ich glaube, wir haben Trump unterschätzt in Deutschland. Das hat ihn niemand wirklich ernst genommen. Auch nicht, also als er die Vorwahlen gewonnen hat, da hätte man eigentlich aufhorchen müssen. Und wie kommt das, dass jemand, der sozusagen völlig unbekannt ist, nie ein Wahlamt gehabt hat, überhaupt die Vorwahlen gewinnen konnte. Und ich glaube, hier in der Presse und in der Öffentlichkeit herrschte die Meinung vor, man kann ihn nicht ernst nehmen, er wird eh nicht gewählt. Und deswegen hat sich, glaube ich, niemand wirklich mit ihm befasst. Aber er hat ja in den Fernsehdebatten, in seinen Reden, er hat ja doch schon Äußerungen gemacht, aus denen man so ein Profil erkennen kann. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine absurde Form vom Tellerwäschers zum Millionär? Er ist ja eben als Nichts in der Politik angefangen, ist zum höchsten Amt aufgestiegen. So was kennen wir in Deutschland einfach gar nicht. Das würde niemals funktionieren, dass jemand Bundeskanzler oder Bundespräsident wird, ohne, ja Bundespräsident vielleicht, aber Bundeskanzler auf jeden Fall nicht, ohne jemals ein politisches Amt gehabt zu haben. Aber es ist auch für die USA ungewöhnlich. Also es ist auch für die USA ungewöhnlich, selbst Ronald Reagan, der Schauspieler war, war immerhin Gouverneur von Kalifornien, dem größten Bundesstaat. Und insofern ist es auch für die USA ungewöhnlich und es wurde auch so kommentiert, also wie ist das zu erklären, dass jemand von außen praktisch auch gegen den Widerstand des republikanischen Establishments überhaupt die Nominierung gewinnen kann. Und da muss man natürlich auch kritische Fragen stellen. Hat nicht die republikanische Partei versagt in diesem Auswahlprozess? Welche Rolle haben die Medien gespielt? Denn Donald Trump war ja ein, ja wenn Sie so wollen, ein Superstar im Fernsehen. Er war ein Talkmaster. Und die Medien haben das sehr dankbar aufgegriffen. Das hat einen Unterhaltungswert, das hat eine Einschaltquote. Also man nimmt ihn nicht ernst, aber er ist wenigstens unterhaltsam. Und da hat, glaube ich, haben mehrere Faktoren zusammengespielt, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Die deutschen Medien haben ihn ja im Gegensatz zum US-Fernsehen sehr kritisch gesehen. Er ist ja extrem kritisch beleuchtet worden. Einfluss hat das natürlich nicht auf die USA, im Gegenteil. Aber, oder meinen Sie doch? Nein. Also die Amerikaner haben nicht wahrgenommen, was in Europa über die Kandidaten gesagt wird. Also nicht auch, wenn Kritik aus Deutschland gekommen wäre oder ein Weckruf oder so. Das hätte in Amerika keine Rolle gespielt. Schauen wir nochmal auf die deutsche Politik. Hat sich überrascht gegeben, muss jetzt auf ihren Plan B zurückgreifen, so sie denn einen hat. Es hieß auch immer, man habe keinen Kontakt zum Trump-Lager, zum Trump-Team gehabt, weil die das nicht gewollt hätten. So habe ich das so ein bisschen rausklingen hören. Ist das tatsächlich so? Also das kann ich schwer beurteilen, ob das Trump-Team es nicht gewollt hat. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit eine Fixierung, die wir haben auf Washington, auf das Establishment, auf die Thinktanks, auf das Außenministerium, die dort in Washington vorhanden sind. Und da war Trump ja gar nicht präsent. Da ist er nie gewesen. Da hat er auch keine Dependancen. Also es wäre möglich gewesen, mit ihm oder seinem Team Kontakt aufzunehmen. Aber er hat sein Team ja auch dreimal gewechselt. Also er war da auch nicht sehr kontinuierlich, sondern etwas sprunghaft. Hat gerade noch im September wieder seine Pferde gewechselt und ein neues Wahlkampfteam ins Leben gerufen. Also ich denke, es war auch objektiv, strukturell schwierig, rauszufinden, wer hat denn nun sein Ohr oder mit wem müsste man denn da jetzt sprechen, um rauszufinden, was er vorhat. Danke soweit, Frau Lemke. Frau Lemke, oberster Gerichtshof und der Kongress, die sind beide auf der Seite von Donald Trump, zumindest was die Partei angeht. Ist das eine große Machtfülle für ihn oder gibt es da möglicherweise auch Schwierigkeiten, weil die Republikaner eben nicht auf einer Linie mit ihm sind in allen Punkten? Ja gut, die Republikaner sind gespalten, aber es ist zunächst mal für Donald Trump eine sehr gute Startbasis, um Vorstellungen durchzusetzen. Also alle drei sozusagen Ärme oder Fundamente der Regierung, also die Judikative, die Exekutive, die Legislative, alle drei sind jetzt republikanisch beherrscht. Das ist eigentlich ungewöhnlich und insofern hat er zunächst mal eine sehr starke Machtbasis. Wie viel kann er denn da tatsächlich durchsetzen? Welche Vorhaben von ihm halten Sie für durchsetzbar gemeinsam mit den Republikanern? Also der erste Punkt wird sein, die Gesundheitsreform zu revidieren. Das hat er schon angekündigt. Dafür hat er auch eine Mehrheit im Kongress. Das zweite wird sein, die Einwanderungsgesetze zu verschärfen. Das hat er auch schon angekündigt. Auch dafür hat er in diesem Kongress eine Mehrheit. Allerdings sehen wir jetzt auch an den Protesten, dass das in der Bevölkerung sehr umstritten ist. Und das wird auf jeden Fall auch ein schwieriges Programm sein für ihn. Denn wirtschaftliche Interessen sind natürlich auch dabei im Spiel. Die mexikanische Landwirtschaft, die Bauwirtschaft, viele Branchen arbeiten mit Zuwanderern, die aus Mexiko kommen. Und insofern wird er auch da wahrscheinlich einen Kompromiss fahren müssen. Aber es wird auf jeden Fall ein schärferes Gesetz geben. Dann gibt es eine Reihe gesellschaftspolitischer Fragen. Also zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Es könnte sein, dass der oberste Gerichtshof hierzu ein neues Urteil fällt. Nicht sofort, aber in den nächsten vier Jahren. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der eigentlich in der Gesellschaft nicht mehrheitsfähig ist. Aber der republikanischen Partei, vor allem der religiösen Rechten entspricht. Es gibt da eine ganze Reihe anderer Projektvorhaben. Also sein Kernpunkt war ja, die Wirtschaft anzukurbeln, Steuern zu senken. Auch da findet er im Kongress eine Mehrheit. Bei welchen Punkten könnte es Widerspruch geben? Welche sind vielleicht zu extrem oder entsprechen nicht der republikanischen Ideologie? Das Freihandelsabkommen ist eigentlich ein Lieblingskind der Republikaner gewesen. Sie waren immer freihandelsorientiert. Und das ist ein Novum, dass ein republikanischer Präsident sagt, wir kündigen NAFTA oder wir kündigen das Pazifische Abkommen. TTIP verhandeln wir erst gar nicht. Also an dem Punkt, glaube ich, wird er sich auch nicht durchsetzen gegen starke Strömungen in der republikanischen Partei. Glauben Sie, dass die dann tatsächlich mächtiger sind als er als Präsident? Sie meinen die... Die Strömungen in der Partei, in den republikanischen Partei. Ja, natürlich. Also es gibt ja Schlüsselpositionen im Senat, in den Ausschüssen, der Sprecher des Hauses, im Repräsentantenhaus, Paul Ryan. Alle diese Personen sind starke Gegenspieler. Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Mexiko ist ein wichtiges Land für die USA. Ist auch ein wichtiges Thema gewesen für Donald Trump. Warum genau ist das ein Kernland? Wahrscheinlich sogar wichtiger als Europa für Donald Trump. Ja, also aus der amerikanischen Perspektive ist das natürlich sehr wichtig, weil Mexiko, die USA wirtschaftlich sehr eng miteinander verbunden sind. Es gibt viele amerikanische Firmen, die direkt im Grenzgebiet in Mexiko ihre Betriebe aufgebaut haben nach dem NAFTA-Abkommen. Es gibt eine starke Arbeitsmigration von Mexiko in die USA. In vielen Bundesstaaten sind etwa ein Drittel der Wähler inzwischen spanisch sprechend, also etwa in Neu-Mexiko oder in Arizona, in Texas, selbst in Florida, ist diese Gruppe sehr stark. Und es gibt daneben elf Millionen spanisch Sprechende ohne Papiere, also was immer so als illegaler Einwanderer bezeichnet wird, die zum Teil ja auch in den USA arbeiten, Steuern zahlen und gegen die richtet sich Donald Trumps Politik, sie zu deportieren. Elf Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen, das wird auch so nicht passieren. Aber Mexiko ist wirtschaftlich für die USA ein Kernland. Es wird nicht passieren, dass sie deportiert werden, ein furchtbares Vorort, sagen Sie. Wird es auch nicht passieren, dass eine Mauer gebaut wird? Nein, die Mauer gibt es ja schon. Also es gibt ja eine sehr stark bewachte Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die hat auch Präsident Obama nochmal wieder verstärkt, also die Sicherheitskräfte, die dort tätig sind, Hubschrauber. Es ist ein hoher Zaun, ein hoher Zaun, der trotzdem immer wieder überwunden wird. Und es gibt tatsächlich eben auch Probleme an dieser Grenze mit Drogenhandel. Und das ist für die Anwohner ein großes Ärgernis. Da wird also sicher auch ein größerer Einsatz geplant sein, ob jetzt eine richtige Mauer, so wie wir sie in Berlin gekannt haben, gebaut wird. Also das bezweifle ich stark. Und die Behauptung von Trump, dass der mexikanische Präsident diese Mauer bezahlen, finanzieren würde, die ist aus der Luft gegriffen. Das stimmt so nicht und das wird auch so nicht passieren. Aber ein Präsident Trump wird mit Sicherheit die Grenzbefestigung noch verstärken. Frau Lembke, wir sprechen gleich weiter. Vielen Dank erstmal. Christiane Lembke ist immer noch bei mir, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hannover. Schön, dass Sie immer noch bei uns sind. Das ist eine schwere persönliche Niederlage, eine richtige Tragödie für Hillary Clinton. Sie hat ja ihr Leben lang im Prinzip darauf hingearbeitet, einmal US-Präsidentin zu werden. Dann wird sich sicherlich nicht so leicht verkraften lassen, oder? Ja, zunächst mal möchte ich hervorheben, dass sie eine historische Leistung vollbracht hat. Sie ist die erste Frau, die nominiert wird für den Präsidentschaftswahlkampf von einer der großen Parteien. Und wenn man sich den Wahlkampf nochmal anschaut, sie hat es wirklich bravourös gemeistert. Also sie hat ja einen sehr schwierigen Gegenpart mit Donald Trump vor sich gehabt. Und in den Fernsehdebatten, in allen drei Fernsehdebatten hat sie sehr gut abgeschnitten. Sie war sehr klug und überlegt und hat sich inhaltlich geäußert. Sie hat sich nicht provozieren lassen. Also sie hat eigentlich im Wahlkampf keine wirklichen Fehler gemacht. Und für sie ist es, glaube ich, biografisch eine Tragik. Sie ist zum zweiten Mal angetreten. Sie hat ja 2008 in der Nominierung gegen Barack Obama in der Demokratik-Party verloren. Jetzt verliert sie die Präsidentschaftswahl. Wobei man sagen muss, sie hat ja die Mehrheit der Stimmen im Volke bekommen. Was ja sehr paradox. Das liegt ja im merkwürdigen amerikanischen Wahlsystem her. Das ist vor ihr Al Gore passiert im Jahr 2000. Auch der hatte mehr Stimmen in der Bevölkerung. Aber eben nicht genug Bundesstaaten und nicht genug Wahlmänner. Das ist ihr jetzt auch passiert. Insofern doppelt tragisch. Und man merkte ihr auch an, dass sie sehr emotional, sehr aufgerüttelt, sehr aufgebracht war. Und ich persönlich denke, das ist das Ende ihrer politischen Karriere in einem Wahlamt. Sie ist ja immerhin Außenministerin, Senatorin gewesen. Sie hat in der Clinton-Administration von Bill Clinton sehr viel politisch gearbeitet. Sie ist von Anfang an, also eigentlich seitdem sie als junge Frau schon angefangen hatte, sich politisch zu engagieren, ihr Leben lang politisch aktiv gewesen. Und ich denke, sie wird auch weiterhin eine öffentliche Rolle spielen. Vielleicht in der Clinton Foundation, vielleicht wird sie eine eigene Stiftung gründen. Aber für ein Wahlamt, glaube ich, ist das jetzt auch das Ende ihrer Karriere. Sie hat zweimal gegen sehr charismatische Männer verloren. Zuerst gegen Barack Obama, dann gegen Donald Trump, der natürlich auf eine völlig andere Art und Weise Charisma versprüht. Ist das ein bisschen ihr Problem, dass sie als Technokratin gilt und eben als wenig charismatisch gilt? Ja, das ist sicher ein Problem. Also das ist auch von Wählern und Wählerinnen immer wieder kritisiert worden, dass sie so ein bisschen dieses Feuer vermissen. Das zum Beispiel Michelle Obama vermittelt, die nicht kandidiert und auch auf absehbare Zeit nicht kandidieren wird. Aber Charisma fehlt Hillary Clinton. Dafür ist sie sehr, sehr, sehr solide und auch sehr kenntnisreich, hat sehr viel Erfahrung. Aber das ist im amerikanischen System nicht unbedingt ein Vorteil. In Amerika möchte man gerne charismatische Persönlichkeiten, auch wenn sie dann so schillernd sind wie Donald Trump. Sie galt sowohl 2008 als auch in diesem Jahr nicht als die Neue, als frisch, als Wandel. Ist auch das ein Problem gewesen? Ja, sie ist mit sehr viel Gepäck in diesen Wahlkampf gekommen und die Schatten der Vergangenheit haben sie auch eingeholt. Also die sogenannte E-Mail-Affäre, dass sie ihren privaten Server benutzt hat während der Zeit als Außenministerin, ihre Rolle als Außenministerin im Libyen-Einsatz. All das wurde ihr immer wieder vorgehalten und ist auch von der Trump-Kampagne ja weitlich ausgenutzt worden. Und es ist in der Tat ein Problem, dass sie ihren privaten E-Mail-Server benutzt hat. Ihre Urteilskraft wurde da infrage gestellt, nicht nur von ihren Gegnern, sondern auch von ihren Unterstützern. Und auch innerhalb der Democratic Party war das ein Problem. Der Chef des FBI hat zwar gesagt, wir leiten kein Strafverfahren ein, aber Donald Trump hat immer wieder gesagt, sie ist nicht glaubwürdig, sie ist eine Verbrecherin. Wir müssen sie ins Gefängnis werfen, also ganz hart darauf eingestiegen. Das andere Gepäck, das sie mitbringt aus der frauenpolitischen Sicht, ist das Verhalten während der Lewinsky-Affäre von Bill Clinton in den 90er Jahren. Da ist sie von Feministinnen auch kritisiert worden, dass sie Kritisches über die Frauen gesagt hat und ihren Mann verteidigt hat. Und sie sei eben nicht frauenbewegt genug. Auch auf der Seite gab es Kritik. Liegt ein Grund in Ihrer Niederlage vielleicht auch darin, dass die US-Gesellschaft in großen Teilen, vor allen Dingen die Männer, denken oder denkt, dass US-Präsidenten weiß und männlich sein müssen? Ja, also das hat mich sehr überrascht. Ich habe das in Gesprächen in den letzten Monaten in den USA doch feststellen müssen, dass Männer gesagt haben, also ja, ihre Politik, Hillary Clintons Politik finde ich in Ordnung, aber ich möchte einen Präsidenten, einen Mann im Weißen Haus sehen. Das entspricht unserer Tradition und Geschichte. Und offenbar ist das doch ein härteres Kriterium, als wir angenommen haben. Die Umfragen zeigen, die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber einer weiblichen Präsidentin ist gestiegen. Also es gibt etwa 40 Prozent der Wähler und Wählerinnen, die sagen, ja, das können sie sich vorstellen. Aber es ist doch anders als in Europa. Wir haben ja mit unserer Kanzlerin als Frau eigentlich inzwischen auch kein Problem mehr. Es gibt viele Regierungschefs in Europa, die Frauen sind und gewesen sind, frühere Regierungschefs. Aber in den USA ist das immer noch die Ausnahme. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Präsident Oberbefehlshaber der Armee ist, also eine typisch männliche Rolle einnimmt. Und offenbar traut man das dann einer Frau doch nicht so ganz zu, dass sie entsprechende Härte und Konsequenz zeigt. War sie vielleicht die richtige Kandidatin zur falschen Zeit? Nein, ich glaube, sie war die falsche Kandidatin zur richtigen Zeit, so würde ich das formulieren. Also ich denke, wenn die Demokraten eine andere Frau nominiert hätten, hätten sie durchaus Chancen gehabt. Denn die amerikanische Gesellschaft ist eigentlich im Grunde sehr liberal. Frau Lemke, vielen Dank soweit. Und an dieser Stelle machen wir weiter mit dem amtierenden Präsidenten. Barack Obama hat sich auch gestern in einer Rede geäußert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017